Merklin begeistert mit System und bringt mit der neuen Central Station 3 das innovativste Steuergerät für ihre Modellbahnwelt. Stets auf Höhe der Zeit, für noch mehr Spielfreude mit einfacherer Handhabung. Die neue CS3 fällt mit dem großen hochauflösenden Display sofort ins Auge. Über den kapazitiven Touchscreen lassen sich Funktionen durch leichtes Berühren sensitiv steuern. Die moderne Multi-Touch-Funktion unterstützt dabei die einfache Bedienung mittels intuitiver Gesten. Der blitzschnelle Prozessor schafft eine siebenfach bessere Performance gegenüber bisherigen Steuergeräten. Vielfältigere Funktionen und Sound-Files dank 4 GB internem Speicher zusätzlich erweiterbar um 32 GB. Der neu integrierte Lautsprecher bringt eine hochwertige Soundwiedergabe. Stereo-Aktiv-Lautsprecher können angeschlossen werden. Robuste Endlos-Drehregler in bester Industriequalität sorgen für feinste und exakte Ansteuerung der Fahrstufen. Durch den eingebauten Erweiterungsbus können viele Zusatzgeräte wie Rückmeldemodul, Booster sowie weitere CS2 und CS3 Plus zur Steuerung größerer Anlagen angeschlossen werden. Das attraktive und realistischere Gleisbild steht bei dem neuen komfortablen Bedienkonzept immer im Mittelpunkt. Die Bedienung ist dadurch noch einfacher und übersichtlicher. So können verschiedene Bedienelemente wie Magnetartikel, Lokliste oder die Fahrpulte für die Loks durch intuitives Wischen über das Display auf- und wieder zugeklappt werden. Auf alle individuellen Funktionen kann schnell und direkt zugegriffen werden. Das Gleisbild ist immer sichtbar. Bis zu 32 Lokfunktionen und viele weitere Anlagenfunktionen sind einfach zu steuern und selbst sortierbar. Die Assistenten helfen bei der ersten Einrichtung und bei komplexeren Einstellungen oder Fragen. Die neue Central Station 3 ist das original Märklin-Steuergerät für optimal aufeinander abgestimmte Modellbahnkomponenten von der Lok über Gleise und Zubehör bis hin zur digitalen Steuerung. Das Märklin-Systemkonzept. Passend für Märklin, Tricks und LGB und für weitere Modellbahnsysteme. Die neue Central Station 3. Komfortabel steuern mit System.